kommen wir zu einem nächsten video wie bereits angesprochen wir haben hier einen schönen karton wir haben hier ein geiles auto ein schönes auto und zwar tauschen wir bei diesem r8 v10 plus die luftfilter einsätze um einfach ein bisschen mehr durchsatz zu haben und auch einfach dass der kunde nicht bei jedem service wo die luftfilter einsätze fällig sind diese mittauschen muss sondern diese hier muss man nicht wechseln die muss man ab und zu mal sauber machen das heißt schon ausbauen putzen die anderen die muss man alle 30 oder 60.000 mit tauschen ist relativ teuer kostet bei audi über 200 euro knapp 200 euro diese hier kosten einmalig ein bisschen mehr aber dann hat man lange ruhe je nachdem wie lange man das auto fährt jetzt würde ich sagen machen wir gar nicht lang rum gehen wir ab in die werkstatt zerlegen wir das heck fangen wir an mit dem luftfilter einsatz und dann sehen wir uns gleich am fahrzeug ja wie ihr bereits aus dem intro wisst wir sind jetzt dran und tauschen bei dem fahrzeug die luftfilter einsätze ich bin gespannt wieviel es bringt ich bin gespannt was rauskommt ich hoffe ihr seid es auch und jetzt würde ich sagen fangen wir direkt an legen wir direkt los sehen wir uns gleich im ersten step so der erste schritt hier drin sitzen die zwei filter der erste schritt ist ganz einfach die abdeckung entfernen die zieht ihr da einfach nur vorsichtig hoch dann habt ihr die abdeckung schon in der hand hier in dem fall sitzt mehr oder minder seine ölwanne wenn man es so sieht da können wir auch mal ein extra video machen finde ich schon interessantes thema jetzt würde ich aber sagen weiter zu schritt zwei bis gleich so nächstes schritt ihr seht hier die zwanziger torx da löst ihr jetzt einfach ringsherum die zwanziger torx die schrauben kommen nicht mit raus die schrauben die bleiben wenn ihr sie nicht ganz raus treten das heißt da müsst ihr euch keine sorgen machen dass bei dem fahrzeug irgendwas runter fällt oder ihr irgendwie eine schraube verliert jetzt geht es weiter wir sehen uns gleich so im nächsten step Marcel wenn du gerade mal runter kommst ist hier quasi die abdeckung müsst ihr hier diese schraube lösen müsst ihr hier die halteschraube lösen die zwei jeweils links und rechts und dann könnt ihr das komplette wegnehmen man sieht hier ist es hier hier und hier eingeklipst das braucht ein bisschen fingerspitzengefühl und dann können wir das rausnehmen wenn das weg ist dann seht ihr hier den deckel den ihr lösen müsst der deckel hat hier überall zwanziger torx auch hier drinnen das heißt die hier auch noch lösen und sobald die gelöst ist dann können wir quasi die einheit wegnehmen wir haben hier noch eine befestigung für den luftfilter ihr seht ich habe bis jetzt noch gar nichts gemacht da war auf jeden fall schon mal was gemacht beziehungsweise die schraube ist nicht ganz ja nicht ganz fest jetzt würde ich sagen nächster step luftfilter raus neue luftfilter rein dann sehen wir uns gleich so wir haben jetzt hier wie ihr seht auf der rechten seite von euch gesehen den serienfilter und wir haben hier auf der linken seite von euch gesehen den nachrüst luftfilter wie ihr seht muss ich hier noch den sensor umbauen der die luftmasse messen tut ganz wichtig in dem fall 20er torx mit vorne einem einsatz das so quasi auf den bolzen drauf kommt das tauschen wir jetzt dann bauen wir die zwei neuen luftfilter einsätze wieder ein und dann geht es ab zu einer kleinen probefahrt da bin ich gespannt jetzt aber erstmal zum einbau gleich geht es weiter ja jetzt haben wir die neuen luftfilter drin wie ihr gerade gesehen habt ich habe euch ein paar bilder eingefügt jetzt hier die 30er torx wieder zu machen sobald die 30er torx zu sind kommt hinten wieder die abdeckung drauf wenn wir die abdeckung drauf machen dann nehmen wir euch mit bis gleich so jetzt haben wir die hintere abdeckung vom motor auch angebracht wir haben hier hinten eins zwei drei clips jeweils wie vorher erwähnt hier hier unten und hier drei torx 30 und dann müsst ihr ganz ganz vorsichtig die abdeckung entfernen und die haben wir jetzt wieder angebracht jetzt schrauben wir die drei schrauben fest und dann machen wir eine kleine soundprobe dann sehen wir uns gleich im anhang im soundfallvideo bis gleich ciao so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 eigentlich gar nicht viel sagen weil bei dem auto muss man nicht viel sagen das auto spricht seine eigene sprache ja was soll ich sagen performance fahrleistung damit noch ein bisschen datensatz gemacht also das ist schon eine hausnummer ich meine das ist serie schon ordentlich aber jetzt ist doch noch mal deutlich spürbar und das thema mit den luftfiltern war doch jetzt von arbeit ein bisschen schwieriger als ich dachte aber wir haben es hinbekommen ich denke mal kunde wird glücklich sein wir fahren jetzt noch ein paar meter und dann hoffe ich dass euch das video gefallen hat und wir sehen uns dann in einem unserer nächsten videos wieder worum es da geht weiß ich noch nicht aber das wird er dann sicher sehen ich wünsche euch einen schönen freitag und ein schönes und verdientes wochenende und wir sehen uns bald und wir sehen uns bald wieder